Was würdest du in Fortnite zurückbringen? Lasst jetzt ein Like da, wenn Clombo wieder zurück in Fortnite kommen soll. Wir haben ihn alle geliebt. Oder abonniere jetzt meinen Kanal, wenn du den Chuck Chuck zurückhaben möchtest. Er hat uns immer auf 200 HP geheilt. Schreibe jetzt einen Kommentar, wenn du die alte Fortnite-Map mit allen Orten zurückhaben möchtest. Die Map hat so viel Nostalgie. Oder mache alle drei Sachen, um den OG Renegade Raider wieder in den Itemshop zu bringen. Ich würde ihn mir kaufen.